Digga, was passiert dieses Jahr alles? Das Simon vs. Rachel Alblali, Mara Slash, Lena Vanille, Kiki und Carina Push-Thema wird immer größer und immer undurchsichtiger und ich dachte mir so, ey, wäre es nicht gut, wenn es mal ein Video geben würde, was alles beinhaltet, alle Vorwürfe, alle Statements, alle Aussagen, sie hat mir das vorgeworfen, ich antworte das mäßig. Ja, und aus diesem Grund, weil ich mir dachte, es wäre cool, wenn es so ein Video geben würde, machen wir es jetzt. Deswegen holt euch Popcorn, hier gibt es das Thema jetzt einmal in komplett. Den Start vom Video machen wir ein bisschen schneller, also die ersten Vorwürfe, die ersten Sachen, dieses ganze Twitter-Ding von Unger, was er da gepostet hat. Wie schon gesagt, gehen wir ein bisschen schneller durch, weil es glaube ich schon viele mitbekommen haben, aber vor allem, was später passiert ist, im ganzen Fall noch mit Carina Push und sowas, das gehen wir ein bisschen detaillierter durch, weil, ja, es ist echt heftig, was alles passiert ist. Okay, Abfahrt, los geht's. Angefangen hat alles, dass Unger eben mitbekommen hat, dass sein Ex von Rachel ein Video in droppen möchte. Und um da ein bisschen in den Vorwürfen zuvor zu kommen, hat er sich auf die Seite, sag ich jetzt mal, von Mauke und Reeves geschlagen und gesagt hat, ey, da gibt's gerade ein paar Mädels auf Twitter, die versuchen gerade seine fette Hats-Kampagne gegen mich zu starten. Und dem halt so ein bisschen in den Vorwürfe zu kommen, habe ich hier schon mal einen XXL-Tweet rausgehauen, in dem er unter anderem sowas hier schrieb. Vorab möchte ich mich bei Mauke und Reeves bedanken, die mir durch ihre Worte den Mut gegeben haben, mich jetzt endlich zu diesem großen Thema zu äußern. Vor allem, Mauke hat mir wirklich aus der Seele gesprochen, als es um das Thema geht. Ich habe mich lange nicht getraut, etwas zu sagen, weil ich ebenfalls den Frieden wahren wollte, aber frag mich auch, welchen und wofür ich mir das selbst antue. Jetzt ist Schluss und ich lasse direkt drei Bomben platzen. Warnung, in den folgenden Texten geht's um Gewalt, Sexualinhalte und emotionalen Missbrauch. Was, wie ich finde, jetzt tatsächlich nicht so gut gealtert ist, aber das werdet ihr im Laufe des Videos alles noch erfahren. Aber auf jeden Fall hat Simon sich erstmal so auf die Seite gepackt, so ey, ich bin das Opfer hier in der ganzen Kampagne. Und Simon hat auch mit echt vielen Vorwürfen um sich geworfen, wie zum Beispiel, dass Rachel, seine Ex-Freundin, ihm halt gesagt haben soll, also ins Gesicht haben soll, dass er nicht genug sei. Das Ding ist nur, sie behauptet halt eben genau andersrum. Er sagt ja auch zum Beispiel in seinem Statement, dass ich gesagt hätte, er wäre nicht gut genug für mich. Das habe ich legit noch nie gesagt, dass er nicht gut genug wäre für mich. Nicht einmal, auch nicht in anderen Worten. Das kam sogar von ihm aus. Und klar, das ist jetzt nicht das große Thema hier, das ist jetzt eher so ein zwischenmenschliches Beziehungsding. Aber ich finde, es leitet halt eben sehr gut ein, wie alles jetzt so ablaufen wird, weil Rachel konnte ja belegen, dass Simon wirklich selber geschrieben hat, oh mein Gott, ich bin nicht genug für dich. Und er wirft es einfach so in den Raum, ohne halt irgendwelche Beweise. So hat Simon zum Beispiel auch auf Twitter geschrieben. Es hat sich in der Beziehung so angefühlt, als sei ich für sie im Endeffekt ein Sprunggritt für Reichweite und Geld. Nur das Ding ist, Rachel konnte da zeigen, yo Bro, du hast halt, bevor wir noch zusammen waren, schon mit 20k in deiner Brieftasche geflext. Du hast schon mit hohen Checks geflext, die du halt mir geschickt hast oder mit deinem Auto. Und jetzt wirfst du mir vor, mir geht es um Geld. Das ist alles so, das sind alles große Ungereimheiten, wo man sich fragt, da Bro, warum wirfst du dir das vor? So hat er zum Beispiel auch in seinem Tweet geschrieben, dass er sich sehr dafür schämt, ihre Katze rausgescheucht zu haben, als sie mal in einem Streit waren. So hat er zum Beispiel geschrieben, ich wurde laut und habe geschrieben, plus ihre Katze rausgescheucht, weil ich es in diesem Moment nicht ertragen konnte, noch angefaucht zu werden, was aber für die Katze unnötiger Stress war. Ich schäme mich bis heute und es tut mir wirklich leid, leider war ich in diesem Moment zu emotional. Und das Ding ist ja, also kann man auch eine Katze rausscheuchen, finde ich, das ist nicht das Schlimmste der Welt, ne? Aber, also es stand ja auch noch nie vorher im Raum, dass er halt die Katze schlecht behandelt haben soll. Und die Frage ist, warum postet er sowas, dass er sich ja für schämt, dass er die Katze rausgescheucht hat, weil das ist jetzt nicht das Schlimmste so. Und, naja, die Antwort ist halt, weil Rachel ihm halt eben vorwirft, dass er die Katze eben nicht nur rausgescheucht hat, sondern viel mehr mit dieser Katze gemacht hat. Und sich versteckt hat. Versteckt vor Simon. Er hat auch einmal meinen Koffer auf ihn geschmissen. In seinem Statement sagt er ja, dass er Tiger nur rausgescheucht hätte. Ich hoffe, jetzt ist ein bisschen klar, dass ein bisschen mehr passiert ist als das. Und das Ding ist, Rachel hat ja den Chat mit ihrer Schwester von damals eingeblendet, also als es damals schon mal passiert ist. Dementsprechend ist es schon recht glaubwürdig, dass es wirklich passiert ist, weil warum sollte sie sonst damals ihrer Schwester schreiben? Außerdem hat Simon auch im Statement gesagt, dass es auf jeden Fall keine körperliche Gewalt gab. Keine Gewalt gegenüber der Katze und keine Gewalt gegenüber ihr, also Rachel. Körperliche Auseinandersetzungen gab es zum Glück nicht. Es war auch so schon toxik genug ohne körperliche Gewalt. Das Ding ist, warum betont er, dass es keine körperliche Gewalt gibt? Das war ja noch nie ein Vorwurf an ihn. Also warum packt man sowas in so ein Statement? Ja, weil sie halt eben das Gegenteil behauptet. Und da er auch in seinem Statement meinte, es ist nie etwas passiert in Sache körperlicher Gewalt. Es gab auch Situationen, wo er auch auf meinen Kater losgegangen ist, angeschrien hat wie sonst was. Mein Kater hat sich an Ort und Stelle eingemacht. Er hat einfach auf den Boden gekotet vor Angst. Er hat gezittert. Er wusste nicht wohin. Er konnte sich ja auch nirgends mehr verstecken. Sorry. Ich wollte dazwischen gehen, weil ich wirklich dachte, gleich schlägt er ihn. Es reicht ja schon, dass er ihn mit Sachen beschmeißt und abwirft. Und dann hat er mich einfach auch auf den Boden, also geschubst. Und klar, er ist kräftig. Ich bin einiges kleiner als er. Ich bin hingefallen. Und statt sich zu entschuldigen, sagt er so, hat er mich angeschrien und sagt, Ja, steh sofort auf, steh sofort auf, mach das weg. Es gab dieses Schubsen. Es gab aber tatsächlich auch andere Sachen, die um einiges schlimmer waren. Womit ich mich jetzt aber unwohl fühle, die jetzt beim Namen zu nennen. Weil ich auch erst nach der Beziehung und auch sehr spät erst mit Leuten darüber gesprochen habe. Nur so zur Info. Es gab Handgreiflichkeiten. Das zu der Thematik. Sie hat übrigens dazu geschrieben, dass er jetzt eben nicht beweisen soll, dass es nicht passiert ist, weil es halt, ja, für etwas, was es nicht gibt, keine Beweise natürlich gibt. Wie liefert man Beweise für Dinge, die nie passiert sind? Ich kann etwas dazu sagen, aber es bleibt Aussage gegen Aussage. Ich habe kein Tier gequält. Es gab keine körperliche Gewalt. Beziehung war toxisch von beiden Seiten. Es wurde geschrien und ich bin froh, dass ich da raus bin und jetzt in einer glücklichen Beziehung lebe. Und klar, man kann etwas nicht beweisen, was nicht passiert ist. So, das ist klar. Aber irgendwie alles, ne, checkt ihr so, ist so komisch geframed. Man sagt schon vorher, es gibt keine körperliche Gewalt, obwohl dieser Vorwurf nie im Raum stand. So, warum sagt man das? Das ist alles schon, hat alles so einen komischen Beigeschmack. Ach, und übrigens, auch in seinem Video-Statement hat er später nochmal gesagt, dass er nie körperlich gegen Mensch oder Tier wurde. Ich habe keine Katze beworfen, gequält oder irgendwas. Es gab keine körperliche Gewalt. Also grundsätzlich gibt es in diesem Thema noch super viele Dinge, die man besprechen könnte. Aber wie schon gesagt, ich versuche hier so einen Überblick über alles zu schaffen, was so grob im Raum steht. Aber dieses Ding von, dass er sich in seinem ersten Statement noch so als Opfer dargestellt hat, dass er halt Opfer von einer Hetzkampagne ist, von Dingen, die nicht passiert sind, fühlt sich jetzt halt irgendwie einfach so an, als wenn er dem Hate vorkommen wollte und einfach sagen wollte. Ha, ich habe zuerst ein Statement abgegeben. Ich habe zuerst gesagt, ich bin Opfer und deswegen glaub bitte mir und glaub bitte Rachel nicht. Aber es geht ja noch weiter, weil nicht nur Rachel hat Vorwürfe gegen Simon geäußert, sondern auch Vic. Und ja, im Laufe des Videos wird es irgendwie immer schlimmer. Deswegen machen wir mal weiter mit Vic gegen Unger. Weil als Rachel eben ihr Statement rausgehauen hat, hat sich Rick, Vic auch eingemischt, weil er eben auch negative Erfahrungen mit Unger eben gemacht hat, die sich vor allem in manchen Aspekten sehr zu den Erfahrungen zu Rachel so geglichen haben. Ich werde jetzt hier den Part erstmal ein bisschen mehr erklären und weniger Clips zeigen, weil es dann einfach viel zu lange dauern würde. Aber wenn ihr das Ganze sehen wollt, guckt halt Vic's Video oder guckt meine Reaction auf Vic's Video, wenn ihr es eingegottet haben wollt. Vor allem Vic's Video kann ich halt sehr empfehlen. Okay, das Ganze zwischen den beiden hat schon 2015 angefangen. Damals war halt Vic mit Unger noch recht cool. Die haben zusammen Videos gedreht, die haben zusammen gechillt. Vic hat auch Unger damals noch als Freund bezeichnet. Und ungemeint jetzt aber nachhinein so, ja, wir waren keine Freunde, wir waren maximal gute Bekannte so, aber niemals befreundet. Vic sagt halt das, Unger sagt halt das. Wie man sich da selber einordnen möchte, muss halt jeder für sich selber entscheiden. Und Vic war halt damals mit einer Mara zusammen. Also das ist nicht ihr echter Name, sondern der Name wurde vor allem gewählt, um halt sie zu schützen, weil sie gar nichts mit dem Streit zu tun hat. Für das, was heute wichtig ist, nichts mit dem Streit zu tun hat. Und genau, Vic war mit ihr zusammen. Und das hat sich dann aber irgendwann aufgelöst, weil das hat halt nicht funktioniert. Vic hat halt trotzdem auch viele Gefühle für sie. Mara hat sich aber eher halt Unge hingezogen. Und was später auch rauskam, hatten die beide auch was miteinander. Also, ne, Unge und Vic waren Freunde oder Bekannte, je nachdem, wie man es möchte. Und Unge hat sich dann halt quasi an die Ex von Vic rangemacht, oder sie hat sich an ihn rangemacht und hatten was miteinander. Was natürlich, egal ob die befreundet war oder nicht, auf jeden Fall kein ehrenhafter Move ist, wenn man es nicht gut kennt. Ein noch nicht ehrenhafter Move ist es aber auch, ihm halt nichts davon zu erzählen. Also, Vic hat halt gefragt, ey, läuft da was, weil ihr macht viel mehr miteinander, dies, das. Und Unge hat halt gesagt, nein, da läuft nichts. Und das war halt damals eine glasklare Lüge. Und Vic hat dann eben über Umwege, die halt auch nicht so geil waren, muss man ehrlich sagen. Also, er hat sich mit der Ex-besten Freundin von Mara angefreundet, um halt eben Informationen über die beiden zu bekommen. Aber darüber hat er eben rausgefunden, hundertprozentig konfirmt rausgefunden, dass Mara halt eben was mit Unge hatte. Obwohl Unge sagt, stimmt nicht. Und natürlich wollte Vic dann Unge damit konfrontieren, so nach dem Motto, ey, Bruder, warum lügst du mich hier an? Also, was soll der Scheiß? Und wie Unge dann reagiert hat, seht ihr jetzt. Das war ein privates Gespräch zwischen Mara und ihrer Ex-besten Internetfreundin, wo sie schwarz auf heiß bestätigte, dass zwischen Mara und Simon tatsächlich etwas läuft. Also, dass sie sogar miteinander geschlafen haben und so. Und ich lese das so, in mir dreht sich ein Schalter um. Und ich habe Simon direkt angeschrieben, ich war übertrieben sauer, ich wollte einfach wissen, warum er mich anlügt. Und jetzt wird es krass, weil er entschuldigte sich nicht bei mir, sondern er schrieb, dass Mara sich das nur einbilden würde. Mara würde anderen ja nur erzählen, dass zwischen den beiden was läuft, weil die das unbedingt so will und sie hätte eine Wahrnehmungsstörung. Klar, im Nachhinein checkt man natürlich, dass es Gaslighting ist, aber in dem Moment wollte ich ihm glauben. Ich habe mich sogar dafür entschuldigt, dass ich ihn angegangen bin. Boah, Alter, das ist krass. Vic hat übrigens noch im Video darüber gesprochen, dass Unge sich halt eben bis heute nicht dafür entschuldigt hat, dass er damals gelogen hat und halt eben was mit seiner Ex von hatte, was, weiß ich nicht, zwei Entschuldigungen wert wären, wie ich finde. Aber Unge gibt in seinem Statement sogar darauf ein, auf diese Aussage und sagt, das hat so. Als einen Punkt, ich habe mich nie dafür entschuldigt. Und das stimmt, ich habe mich auch bei Victor nie dafür entschuldigt, weil ich weiß nicht, wofür ich mich hätte entschuldigen sollen, weil ich mit Victor eben nicht super close war. Und ich weiß ja eben, was da damals für einen Psychoterror Victor gegenüber zu Mara passiert ist. Und ich hatte für mich nie das Gefühl, ich bin derjenige, der sich irgendwie entschuldigen muss. Naja, muss jetzt jeder selber sehen, ob man sich dafür entschuldigen sollte oder nicht. Auf jeden Fall war dann zwischen den beiden so ein bisschen Funkstille und man hat nichts mehr gemacht. Aber es hat sich so langsam wieder eingependelt, so mit der Zeit, so ne, es heilt halt alle Narben. Heilt alle Narben. Warte Sinn. Ne, alle Wunden. Ihr wisst, was ich meine. Hat sich auf jeden Fall eingependelt und die waren auch nicht mehr wütend aufeinander, haben sich irgendwann sogar, glaube ich, ein bisschen gequatscht wieder so. Ja, es war alles irgendwann gut zwischen den beiden. Also nichts geklärt, aber es war okay. Bis halt eben 2019. Da hat Vic halt eben in seiner Freundesgruppe ein bisschen gegen Unge gestichelt, beziehungsweise die ganze Freundesgruppe hat ein bisschen gestichelt und haben halt eben in die Gruppe sowas wie das hier geschrieben. Nur eine Person hat halt eben gesnitcht, so und halt Screenshots von der Gruppe gesendet. Und hat eben an Unge weitergeleitet. Was Unge jetzt nicht so geil fand und dementsprechend sehr wütend auf alle war. Beziehungsweise vor allem auch auf Victor war. Ich überspringe jetzt hier ein paar Sachen, weil die waren zwischenzeitlich scheinbar cool miteinander. Also scheinbar war da wieder alles in Ordnung, aber irgendwie auch nicht richtig. Ist ein bisschen komplizierter zu erklären. Aber die Story geht auf jeden Fall weiter, bis Vic irgendwann nach Madeira ziehen wollte. Aber was da passiert ist, ja, hört einfach selber. Nachdem ich dann die Bestätigung für eine Mietwohnung auf Madeira bekam, schickte mir ein Influencer-Kollege aus Madeira eine sehr seltsame Sprachnachricht, wo er so etwas sagte wie, bist du dir sicher, dass es eine gute Idee ist, nach Madeira zu ziehen? Also glaubst du, dass du auf dieser Insel wirklich glücklich sein wirst? Ich bekam dann ein sehr mulmiges Gefühl, aber auf Nachfrage habe ich keine richtige Antwort bekommen. Und als ich dann final nach Madeira zog, merkte ich, okay, irgendwas stimmt hier nicht. YouTuber und Streamer auf Madeira, mit denen ich zuvor gut war, antworten mir auf einmal nicht mehr. Und einer hatte mich sogar blockiert, obwohl ich ihm nie was getan habe. Dann erzählte mir jemand im Vertrauen, dass Simon zuvor versucht hat, alle Influencer dort dazu zu bringen, dass sie sich von mir fernhalten. Und ihr dürft das nicht verwechseln, Simon hat nicht einfach nur ein bisschen doof über mich geredet, weil er mich nicht mochte, sondern es ging schon sehr in Richtung Hetz-Kampagne, in der alle möglichen Leute involviert wurden. Und auch Nia, der damals ja auf Madeira gewohnt hat und halt eben Kontakt zu Unger hatte, konnte das bestätigen. Irgendwie, dass er dann halt auch gesagt hat, du kommst rüber und bla bla bla, aber egal, ich werde allen, also der wird hier auch keine Wohnung bekommen, ich habe allen schon Bescheid gesagt oder ich sage allen Bescheid oder sowas, dass die den nichts vermitteln. Irgendwie sowas in die Richtung. Da sind ja auch so deutsche Vermittler teilweise. Oder halt allgemein bei diesem Madeira Legacy und die haben ja mehrere Leute da und da weiß ja vielleicht auch nicht jeder Bescheid. Ich fand das irgendwie so erschreckend, weil vorher war halt dieser Vibe, dass alle zusammen auch mit dir online gezockt haben. Ich meine, auch Simon mit dir gezockt hat online bei Humble Rumble und sowas. Als das dann kam, dann habe ich halt so gedacht, hä? Also es hat für mich keinen Sinn gemacht und irgendwie war das dann so, es war ein sehr, ein sehr, sehr, sehr bedrückendes Gefühl, die ganze Zeit so zwischen so Fronten zu stehen, sage ich mal, die einen da so reindrängen. Und wenn man auf mich einredet, dann fühle ich mich sehr eingeengt und so. War einfach ein sehr unangenehmes Gefühl. Und ich dachte mir so, boah, ich will einfach gerade gar nicht mehr online oder sonst irgendwo existieren, weil diese komplette Situation einfach total dumm und übelst der Kindergarten ist und total unfair dir gegenüber halt. Boah, Stress, Alter. Und halt eben nicht nur Nia sagt es, sondern auch die Ex-Freundin von Toni, also Toni Piroza, hat es auch bestätigt, dass es so damals so war. Und auch Orange Munch konnte es bestätigen, dass er damals einen Anruf von Unge bekommen hat, wo er quasi vor Vic gewarnt wurde. Ich habe jetzt den Stream-Schnips nicht mehr gefunden, aber Quelle ist auf jeden Fall, vertrau mir, Bruder. Und weil Vic sich auf Madejad eben absolut nicht wohl gefühlt hat und alles und jeder gefühlt, oder nicht nur gefühlt, sondern wirklich gegen ihn war, war er halt irgendwie gefühlt gezwungen, wieder zurück nach Deutschland zu ziehen. Also Vic wurde einfach von Unge als Hauptaggressor von der Insel gemobbt. Als einen Punkt, ich habe mich nie dafür entschuldigt. Und das stimmt, ich habe mich auch bei Victor nie dafür entschuldigt, weil ich weiß nicht, wofür ich mich hätte entschuldigen sollen. Und jetzt wird es nochmal echt kurios, weil Vic spricht halt eben drüber, dass Unge sein Ruf halt richtig heilig ist. Also Unge würde alles machen, um halt eben seinen, ja, Ruf zu schützen. Und deswegen hat Unge halt eben einen Zweit-Account auf Twitter erstellt, wo er sich Lurk-Girlie nannte. Und hat sich halt eben unter Tweets, wo Unge irgendwie angegriffen wurde, selber verteidigt. Also da schrieb er halt eben mit dem Handel Lurk-Girlie und mit diesem Profilbild so was hier. Warum sollte Unge irgendwas klarstellen, wenn jemand anderes so eine Scheiße aus dem Zusammenhang reißt und Müll behauptet? Er sollte sowas ignorieren und jeden, der sich nicht selbst denkt, sondern nur nachplappert, wegblocken. Weiß ich ja nicht, Digga. Ob man als Mildreißiger-Mann sich mit einem Frauen-Profilbild auf Twitter selber verteidigen muss. Ich weiß nicht. Ich brauche kurz einen Stress-Protein-Regel, weil es geht noch echt viel weiter. Darf man in so einem Video Werbung machen? Ich weiß es nicht. Falls ihr was bei ESL bestellen wollt, mein Coach stellt die Videobeschreibung. Ich brauche den wirklich gerade, Alter. Ich brauche einen Stress-Regel. Das macht mich echt fertig. Freunde, habe kurz was gegessen, bin kurz runtergekommen, kurz Pause gemacht. Aber der ganze Bums geht ja noch weiter, weil Unge hat ja auch ein großes Statement-Video gedroppt, was er so One-Tech-mäßig aufgenommen hat. Und da hat er was geleakt, weil Al-Blali hat sich sehr viel Mühe gegeben, halt so viel versucht, die Identität von Mara eben geheim zu halten. Ja, und was macht Unge? Droppt einfach den Namen Lena und halb YouTube-Szene wusste sofort, ja, um wen es halt im Geben geht, weil man natürlich nachgucken kann, mit welcher Lena er 2015, 2016 viel rumhing. Und ja, hat einfach den Namen gedroppt in seinem Statement. Und anstatt es rauszuschneiden und anstatt zu sagen, okay, hoffentlich haben es nicht zu viele Leute gesehen, ich versuche jetzt ein bisschen Schaden zu minimieren für sie, weil es ja auch echt scheiße für sie ist, dass sie da reingezogen wird, hat er das erstmal nicht rausgeschnitten, was erstmal sehr weird ist. Und noch eine zweite Sache, die sehr weird ist, weird ist, Unge hat nur 40 Kommentare unter seinem Video zugelassen, die viele, wo auch viele positiv sind, was jetzt erstmal okay ist, das zu machen, dass nicht zu viel hatend am Video ist oder zu viel negative Stimmung. Das ist weird, ich würde es nicht machen, aber okay, soll er machen. Aber auch eben einen Kommentar zugelassen, wo der Kommentarschreiber nochmal selber sagt, hey, bei der Minute 22,50 hast du, oder ich lese den Kommentar kurz vor, 22,50 war das Absicht, dass du einmal statt Mara Lena sagst. War zwar offensichtlich, um wen es geht, aber denke mal, dass es ein Versprechen war, oder? Und es ist irgendwie weird, es nicht nur nicht rauszuschneiden, sondern auch einen Kommentar zuzulassen, der nochmal hervorhebt, dass der Name von ihr geleakt wurde, obwohl sie in dem Streitthema nicht drin sein muss. Und das ist die Frage, warum macht man das? Also, ist das durchplant? War das wirklich ein Versprecher? Also, ich glaube wirklich, dass es ein Versprecher war, aber dieser Umgang damit ist so irgendwie sehr empathielos, dass man sagt, ja, okay, ich scheiße auch auf die anderen Leute, wie es denen geht. Hauptsache, ich komme halbwegs gut weg. Also, man guckt sich ja so ein Statement einmal an, bevor man es hochlädt, also mindestens einmal. Ja, unser Lena hat eben voll die Schussbahn geraten, ist, war sie natürlich auch gezwungen, ein Statement zu machen, weil voll viele sie darauf angeschrieben haben. Und ja, da kommen wir jetzt zu. Akt 3. Lena versus Unge. Lena hat übrigens ihr Statement als Tweet abgesetzt, bedeutet, ich werde jetzt ein paar Passagen davon vorlesen. Wer den ganzen Tweet sehen will, ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aber hier ganz kurz erst mal, was sie geschrieben hat. Hallo, Mara hier. Tut mir leid, ich bin nicht bereit, nach mehreren Versuchen vor die Kamera zu treten, um mich so zu äußern. Deswegen schreibe ich hier nun diesen Text. Ich habe Simon sehr viele Jahre sehr stark als Mensch geschätzt, stand sehr lange hinter ihm und hätte meine beiden Arme und Beine ins Feuer geworfen, um ihn auf jeden Fall jegliche Art und Weise zu verteidigen. Durch aktuelle Ereignisse und sehr viel im Austausch mit Betroffenen, wie zum Beispiel Rachel, habe ich leider erfahren müssen, wer Simon wirklich ist. Zum Thema Manipulation hat Lena dann das hier geschrieben. Mir wurde schon im letzten Jahr irgendwie ein wenig bewusst, dass ich damals von Simon manipuliert wurde und er mich irgendwie sehr stark gegen Viktor auflehnte. Heutzutage bin ich sehr beschämt über mein Verhalten und habe bereits ein sehr langes Gespräch vor einigen Tagen mit Viktor geführt und mich für mein damaliges Verhalten entschuldigt. Wir haben uns das erste Mal nach neun Jahren beide komplett und ehrlich ausgesprochen. Wir sind cool miteinander. Ich musste mir über die Tage einfach eingestehen, dass ich tatsächlich damals ein Opfer von Manipulation war. Die ist aber natürlich nicht mein gesamtes Handeln über die ganzen Jahre hinweg gegenüber Viktor entschuldigt. Was natürlich erstmal was sehr nice ist, dass sie sie ausgesprochen haben und das klären konnten und ich glaube, beide sind auch keine nachtragende Personen, dass sie sagen, oh mein Gott, das vor neun Jahren, deswegen hasse ich dich immer noch. Deswegen da auf jeden Fall erstmal Props, dass man die Menschen miteinander reden kann. Aber Lena hat sie auch zum Thema Wahrnehmensstörungen, was Unge ja hier vorgeworfen hat, geäußert und hat das hier dazu geschrieben. Simon hat Viktor damals geschrieben, ich hätte Wahrnehmensstörungen, damit sein Image bewahrt bleibt. Das stimmt genau so. Warum ich jetzt anders denke, liegt daran, dass ich merke, wie Simon jetzt aktuell mit dieser ganzen Thematik umgeht. Wie fahrlässig sein Statement war. Mein Name ist gefallen, er hielt es nicht für nötig, nachhaltig nochmal die Stelle rauszuschneiden. Simon hat sich auch erst nach dem Name-Drop in seinem Video, privat bei mir entschuldigt, nachdem ich öffentlich gepostet habe, dass ich mit Rachel Kontakt bin und eine öffentliche Aussage zur Thematik machen möchte. Ansonsten schrieb er nicht ein einziges Mal. Und so langsam, finde ich, kann man sagen, dass so ein kleines Muster erkennbar ist. Weil so viele Leute irgendwie dieselben Sachen erzählen, beziehungsweise dieselben Vorwürfe von Manipulationen bestätigen. Aber das Ding ist, noch ein viel größeres Muster wird klar, wenn man sich das neue Carina Push-Video reinzieht. Und Holy, das Video ist gut. Also unabhängig von diesem Video hier, zieht euch auf jeden Fall das Carina-Video rein. Das ist wirklich sehr gut aufgearbeitet. Spätestens nach dem Video sieht man auf jeden Fall ein fettes Muster von Simon. Und ja, was Carina aber in dem Video nochmal sagt, fasse ich natürlich hier auch nochmal ganz kurz zusammen. Carina hat mit Unge die Vergangenheit, dass sie mal bei Unge im Livestream war, wo UpRed auch mit drin war und die so ein bisschen über die Vorwürfe von ihr gegenüber UpRed geredet haben. Also für Leute, die es nicht mitbekommen haben, Carina hat UpRed vorgeworfen, dass er sie sexuell belästigt haben soll. Und sie hat mittlerweile auch den Gerichtsprozess in allen Punkten gewonnen und sogar auch öffentlich gewonnen, dass man sagen darf, UpRed hat Carina Push sexuell belästigt. Da hat Unge ja auch immer auf die Videos von Mimi reagiert, wo Mimi beweisen konnte, was UpRed halt eben, ja, für ein echt ekliger Mensch ist. Und er hat sogar noch extra Infos bekommen von Mimi, was UpRed noch alles abgezogen hat. Und die Dinge sind scheinbar noch viel, viel schlimmer als in den Videos. Und das hat er sogar selber bestätigt, wie eklig schlimm diese Sachen sind, die dann noch alle passiert sind. Also das hätte er damals im Podcast mit Monte noch zusammengesagt. Die Sache ist, ich weiß ja, Mimi hat noch ein paar Sachen, die er noch nie veröffentlicht hat. Und ich glaube, die wird er auch nicht veröffentlichen, weil die sind deutlich krasser als Kontostüge. Also die Sache ist, die Kontostüge fand ich schon so ein bisschen grenzwertig. aber Mimi hat noch so ein paar Videos, die schon was länger her sind von bestimmten Situationen. Also ficken. Ich will ja nicht die wir ins Teil gehen, ne? Aber ich kann nur sagen, da würde es in eine Richtung gehen, die dann auf jeden Fall strafrechtlich relevant wäre. Und ich weiß nicht, ob Mimi sich da den Stress antun möchte mit Gericht und so. Also ich habe auf jeden Fall damals vor ein paar Jahren auf jeden Fall ein paar Sachen gesehen, wo ich dachte, oh krass. Außerdem hat er Carina das Versprechen gegeben, dass er Upread keine positive Bühne mehr gibt. Das hat er ihr wirklich im Chat geschrieben. Ja, also er gibt das Versprechen ab, dass er Upread keine positive Bühne mehr gibt. Er hat die ganzen Infos über Upread. Er weiß, was das für ein ekeliger Mensch ist. Und trotzdem macht er halt eben sowas hier. Ich finde, dein neues Video, was du gemacht hast, da kommst du auf jeden Fall, okay, ein paar Sachen, finde ich, wie du es auslegst, auch nicht 100% korrekt. Aber da kommst du auf jeden Fall entspannter rüber. Also das letzte Video war ein bisschen wild. Klar, klar, aber wir wissen beide, das Video war jetzt nicht so gut rübergebracht. Hast du komplette, hast du komplette, ich verstehe, was du meinst. Du hässlicher, du dreckiger. Du hässlicher, du dreckiger. Also zum Verständnis, Upread hat damals ein Video gemacht, wo er Sylvie immer als dreckige Hässlige bezeichnet hat. Also auf richtig ernsthafte Beleidigung her. Und jetzt macht halt Unge und Upread machen halt Witze über diese Beleidigung. Ja, GG. Aber beschwert sich gleichzeitig, dass Leute zu unsensibel sind bei solchen Beef-Sachen. Und das ist halt, das ist das, was so abfuckt in dieser öffentlichen Diskussion, dass Leute ein bisschen unsensibel auch sind. Ja, cool. Carina wollte übrigens einen Kommentar schreiben bei Unge unter dem Video, wo sie sagte, ey, das finde ich halt nicht cool, dass du dem jetzt so eine Bühne gibst. Aber sie war halt eben geShadowband und dann ist das hier passiert. Dann wollte ich unter das YouTube-Video einfach wenigstens einen Kommentar schreiben, dass ich das halt nicht cool finde. Ich glaube, da habe ich in allen Gründen zu gehabt, dies zu tun. Genau, aber das konnte ich nicht, weil ich geShadowband war mit meinem Kanal. Dann habe ich es einfach auf Twitter gepostet, blende euch den Twitter-Post einfach mal ein und habe mich halt einfach ja, abgefuckt darüber, dass hier wieder upright eine Bühne geboten wird und dass das im Grunde ein Schlag ins Gesicht ist für Sylvie, Mimi und mich und generell, ja, Betroffene von Sex und Gewalt. Einfach keine coole Aktion von ihm gewesen und ich glaube, ich hatte alles Recht, diesen Tweet da auch zu machen. Auf diesen Tweet hat sich Umge dann nicht privat bei mir gemeldet, wie man es vermuten könnte, sondern bei meinem Verlobten Tom und hat da angefangen, ihn quasi gegen mich zu versuchen, zu manipulieren und hat mich gegassleitet. Digga, WTF, also Carina sagt, dass Unge damals versucht hat, sich sofort in die Opferrolle zu drängen, weil halt irgendwie ein, zwei negative Kommentare unter ihrem Tweet standen und er auch deswegen angefangen hat zu weinen, um halt einfach so Emotionen auszulösen, dass er ja das Opfer ist. Digga, das ist einfach emotionale Manipulation at its finest. Das Thema ist, dass er es in dem Moment genutzt hat, um bei Tom eine Emotion bewusst hervorzurufen, damit der dann auf mich irgendwie einredet. Das war einfach massives manipulatives Verhalten, vor allem, wenn man bedenkt, dass er gerade mit dem Verlobten spricht, dessen Frau seit Monaten so viel Hassnachrichten kriegt. Und das weiß er doch alles, das kriegt er doch alles mit. Also, dass er sich da nicht geschämt hat, auch sowas zu sagen, es ist unfassbar. Armin, Carina und Silvi bekommen jahrelang Morddrohungen, Beleidigungen, alles um die, die ganze, also die volle Wucht seit Jahren ab so, haben, Carina hat einen Prozess mit Aparad so, den sie gewinnt, so, und dann gibt Unge halt, Aparad eine positive Bühne, dann beschwert sie sich und er sagt ja, ich bin das Opfer hier in der Thematik. Ich finde aber, abschließend kann man eigentlich einen Satz, oder einen längeren Satz, den Carina sagt, ganz gut benutzen, um das ganze Thema mit Unge abzuschließen, beziehungsweise zu beschreiben, wie dieser Typ scheinbar in Konfliktsituationen tickt. Diese massive Empathielosigkeit, wenn es um andere Menschen geht, oder auch diese unfassbare Unverhältnismäßigkeit, mit der er sich und andere bewertet, denn er selber kann sich gefühlt alles erlauben, aber wer, jemand macht einen Fehler oder irgendwas nicht so, wie ihm das passt, dann, bam, kommt der Gottkomplex raus und Leute werden von der Insel geworfen oder, ja, es wird sich in die Opferrolle geworfen, je nachdem, wie es gerade passt. Und ey, Freunde, ich weiß, dass das hier gerade richtig hart zackt. I mean, ich war ein riesen, riesen Unge-Fan. So, ich hatte 2015, ich habe jedes Video geguckt, ich war richtig, richtig Ultra-Fan-Fan von diesem Typen. Und auch danach noch jahrelang Zuschauer auf jeden Fall und habe sehr mit ihm sympathisiert und fand ihn einfach einen coolen Dude so, ne? Und natürlich schmerzt es, natürlich ist es gerade richtig scheiße, so ein Teil der Kindheit zerbricht. Aber trotzdem bin ich irgendwie dankbar darüber, dass man jetzt irgendwie weiß, was da alles passiert ist und dass man weiß, wem man da so geguckt hat. Und klar, da ist jetzt echt viel Scheiße passiert und auch Scheiße, die eigentlich nicht zu entschuldigen ist, aber trotzdem glaube ich immer noch in das Gute an Menschen und nur weil jemand Scheiße baut, glaube ich nicht, dass sich jemand nicht ändern kann. Also, dass jetzt kein, okay, jemand hat ein paar Fehler übergangen und entschuldige dich dafür und dann ist es vorbei. Ne, da muss ein bisschen mehr passieren, finde ich. Aber trotzdem bin ich ein großer Fan von Leuten zweitens Chance geben. Ich bin ein großer Fan davon, dass Leute sich ändern können, dass man systematische Verhalten auch ablegen kann. Unabhängig vom Ungefall, finde ich, bin ich ein großer Fan davon oder glaube ich, dass Menschen das können und ich würde es mir einfach nur sehr wünschen. Ich will es auch natürlich nicht leicht, glaube ich, naiv an die Sache rangehen und sagen, ja, wird schon, wird sich alles ändern, ja, alles entspannt. Glaube ich jetzt auch nicht, ist mir bewusst, aber bin trotzdem ein großer Fan davon, ja, Menschen eine Chance zu geben, dass sie sich eben verbessern können. Freunde, da ist hier mal eine kleine Aufarbeitung. Es ist noch ein bisschen mehr passiert, es gibt noch einen Fall mit Kiki und Unge, da guckt aber am besten einfach ihr Statement-Video, weil das fand ich hier ein bisschen schwieriger hier einzubauen. Habe ich mir schwer gefallen, äh, schwer getan mit. Ähm, ist in der Videostelle auf jeden Fall verlinkt, weil sie hat, äh, sie wurde auch von Unge im Tweet erwähnt. Guckt das auf jeden Fall auch. Ansonsten war das hier meine spontane Live-Aufarbeitung von dem ganzen Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen, keine Ahnung, falls ihr mehr von sowas sehen wollt, äh, abonniert gerne den Kanal hier und, äh, ich reagiere auch manchmal auf solche Videos live im Stream, deswegen, falls ihr es nicht verpassen wollt, abonniert gerne auf Instagram rein, weil, äh, ja, da mache ich halt immer die Ankündigung, wann ich streame, wann ich nicht streame, oder, vor allem wann ich streame und wann ich auf was reagiere, ne, heißt da Timjaken, folgt gerne rein, würde mich freuen, ansonsten abonniert gerne, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, ciao und habt noch einen entspannten Tag und fuckt euch nicht zu sehr ab. Klar, hartes Thema, aber fuckt euch nicht zu sehr ab. Tschüss.